Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wenn Kunden irgendein technisches Problem haben, können sie unsere Hotline anrufen und wir kümmern uns darum. Andere zieht es in die Welt hinaus. Wenn du wettbewerbsfähig sein willst, musst du in die Welt gehen. In Sprachkursen büffeln junge Filipinos deshalb Vokabeln und Grammatik. Ihr großes Ziel, Aufstieg in die Mittelschicht. Nur, was nehmen junge Leute dafür in Kauf? Welcome to the Philippines. It's welcome to the Philippines. Philippines, let's go there. Start zum Rundflug über Metro Manila. Ein Ballungsraum aus 17 Großstädten. Der deutsche Unternehmer Ralf Elsböhmann zeigt uns, wie diese 20-Millionen-Metropole boomt. Im Jahre 2001, als ich hier auf die Philippinen kam, da gab es gerade mal 15 Callcenter. Die meisten davon waren in der Start-up-Phase. Heute haben wir auf den Philippinen mehr als 800 Callcenter oder BPO-Companies und mehr als eine Million direkt Beschäftigte. 75 Prozent aller Jobs in der BPO-Industrie sind hier in Metro Manila und 25 Prozent außerhalb von Metro Manila. Der 43-jährige Pfälzer hat als Unternehmensberater noch die Anfänge der Callcenter-Branche in Manila mitbekommen. Ralf Elsböhmann führt seit drei Jahren ein Callcenter in Manila. Nach seinem Studium am Ostasien-Institut in Ludwigshafen folgte er seinem älteren Bruder, der als Manager auf den Philippinen arbeitete. In den ersten Jahren hat seine Firma Python Global die BPO-Industrie beraten und dann ein eigenes Callcenter eröffnet. Wir haben angefangen mit 15 Agenten, also Callcenter-Agenten und sind heute bei 600 und wachsen derzeit mit ungefähr 40 bis 50 neuen Angestellten pro Monat. Die Mitarbeiter müssen nicht nachts arbeiten, wie so oft in Manila, da ihre Kunden nicht in den USA, sondern in Australien sitzen. Zeitunterschied höchstens zwei Stunden. In dieser Facility betreuen wir E-Learning-Organizations, das heisst also Unternehmen, australische Volkshochschulen. Und wir helfen eben den Volkshochschulen, die Studenten, dass sie ihre Kurse abschliessen. Wir motivieren sie und wir beraten sie und wir helfen denen durch die Kurse durch, damit die E-Learning-Organizations, also die Fernuniversitäten in Australien, ihr Geld bekommen. Es wird nämlich von dem Staat bezahlt. Und der Staat bezahlt nur, wenn die E-Learning-Organizations, also die Studenten, ihre Abschlüsse machen. Und wir sind der einzige Provider hier auf den Philippinen, der diese Service-Dienstleistung anbietet. Sprich Englisch. Auch untereinander ist damit gemeint. Faith Dezeo kümmert sich ebenfalls um australische Kunden. Als Managerin ist sie für die technische Hotline verantwortlich. Ihre Mitarbeiter sind Techniker, Ingenieure oder Informatiker mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium. Alle sprechen fließend Englisch. Die zweite Landessprache und international ein enormer Wettbewerbsvorteil. Ich arbeite mit Ralf bereits acht Jahre zusammen, seit 2005. Ich hatte seine Firma verlassen und kam zurück, als er mir eine Position als Manager anbot. Ralf und ich kennen uns schon sehr lang. Er ist ein großartiger Chef. Tatsächlich ist er der beste Chef, den ich je hatte. Das gute Betriebsklima färbt auch auf die Kunden in Australien ab. Die rufen an, wenn sie mit ihrem Navigationsgerät fürs Auto oder Fahrrad oder mit ihrer Fitnessuhr nicht klarkommen. Die 30-jährige Managerin kommt aus Metro Manila. Ihr Vater berät Lokalpolitiker in der philippinischen Metropole. Als Manager bin ich dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter entsprechend ihren Fähigkeiten die besten Ergebnisse erzielen. Und ich kümmere mich darum, wenn sie Probleme und Fragen haben. Also alles, was die Leistungen der Mitarbeiter betrifft, liegt in meiner Verantwortung. In den neuen, modernen Call-Centern sind auf den Philippinen mehr als eine Million gut bezahlter Jobs entstanden. So können sich junge Berufstätige heute einen konsumfreudigen Lebensstil leisten. Weil sich immer mehr ihren Traum vom Auto erfüllen, verstopfen die Blechlawinen die Straßen in Metro Manila. Im Berufsverkehr verpesten die Autos schon heute die Luft. Eines der größten Immobilienunternehmen auf den Philippinen, Megaworld, will den Moloch Manila in Zukunft von Staus und Abgasen teilweise befreien. Megaworld-Manager Jericho Goh eilt zum verabredeten Interview, um uns kurz vor seinem Abflug nach London zu einem Investorentreffen noch schnell die entsprechenden Pläne von Megaworld zu erläutern. Die Idee ist, das Stadtteilkonzept ins Land rauszutragen. Das ist sehr wichtig und Megaworlds Beitrag zum Aufbau der nationalen Wirtschaft. Indem wir außerhalb von Metro Manila draußen in den Provinzen auch Stadtteile für Call-Center bauen, helfen wir Metro Manila, die Verkehrsstaus und Autoabgase zu reduzieren. Und wir transferieren Gewinne der Wirtschaft in die Provinzen. Auf diese Weise brauchen unsere jungen Leute nicht von ihren Lieben getrennt werden. Wenn sie in den Provinzen bleiben, können sie dort ihr Geld verdienen und zusammen sein mit ihren Familien. Die Familie hat in dem streng katholischen Inselstaat einen sehr hohen Stellenwert. Das gilt auch für Doris Magsaysay Ho, Eigentümerin und Konzernchefin von Magsaysay. Können Sie rausgehen und fragen, wie kann ich Ihnen helfen? Die Unternehmenslenkerin ist sich nicht zu schade, junge Mitarbeiter anzuleiten. Ihr Konzern bildet vor allem Seefahrer aus und vermittelt sie an internationale Räder. Hier im Trainingszentrum für die Kreuzfahrtbranche bewerben sich viele um Ausbildungsplätze. Ich denke, Filipinos fühlen sich von Natur aus dem Meer verbunden, weil wir 8000 Inseln haben. Eine andere Sache ist, dass die Seefahrt attraktiver wird, weil die Leute nur noch höchstens 10 Monate zur See fahren und für zwei Monate nach Hause kommen. Dann wieder maximal 10 Monate auf See sind und zwei Monate Heimaturlaub haben. So können Seefahrer eine engere Beziehung zu ihrer Familie aufbauen. Und wir versuchen zu helfen, indem wir Strukturen schaffen für eine Finanzplanung. Wenn sie dann irgendwann ihre Seefahrerkarriere beenden, haben sie ihr eigenes Haus, ihre Kinder haben eine gute Ausbildung und sie haben Geld für ein Geschäft. Auch AIDA Deutschland ist ein Kunde von Magsaysay. Für das neueste Luxusschiff, die AIDA Prima, wurden einige hundert junge Leute hier in Manila geschult. Das Bettenmachen darf nur fünf Minuten dauern. Jedes dritte Crewmitglied auf Kreuzfahrtschiffen kommt von den Philippinen. Mehr als 20 Millionen Kreuzfahrer gilt es, jedes Jahr zu versorgen. Für die Philippinen, als traditionsreiche Seefahrernation, sind das viele neue Arbeitsplätze auf den Weltmeeren. Dritter Tag im Ausbildungsgang für Köche. Wie alle Räume im Schulungszentrum ist auch dieser hier ein Nachbau einer Großküche auf dem Kreuzfahrtschiff. Daryl Reynes hat bereits ausgelernt und einen Vertrag mit einer amerikanischen Kreuzfahrtlinie in der Tasche. Sobald das US-Visum eingetroffen ist, wird der 24-jährige Koch in See stechen. Tatsächlich ist Kochen eine meiner Leidenschaften. Meine Mutter hat es mir gezeigt. Als ich aufwuchs, habe ich schon durch meine Eltern gelernt, wie man kocht. Einfach durchs Zugucken. Ich denke, Filipinos lieben es zu kochen, weil sie auch gern essen. Wir essen wirklich gern. Die Philippinen sind ein Schmelztiegel von verschiedenen Küchen. Wir wurden kolonialisiert durch die Spanier, die Amerikaner, die Chinesen. Das ist der Grund, warum wir so viele Gerichte haben, die aus anderen Ländern stammen. Daryl hat Hotel- und Restaurantmanagement studiert. Und ist von Max Saisay nach dem Kochlehrgang auch vermittelt worden. Sein Auslandstraum geht damit in Erfüllung. Junge Filipinos stecken oft viel Geld in ihre Ausbildung. 1000 Dollar im Monat oder sogar mehr können Köche auf einem Kreuzfahrtschiff mal verdienen. Auf den Philippinen ein Spitzenverdienst. In den Hochhausschluchten bewahren die Daheimgebliebenen noch ein Stück weit ihre asiatische Kultur, die immer mehr vom amerikanischen Lebensstil verdrängt wird. 10 Millionen Filipinos verdienen ihr Geld im Ausland. Ihre Überweisungen sind ein Geldsegen für die Familien zu Hause. Für den Staat und die Wirtschaft sind diese Milliardengeschenke aus allen Winkeln der Erde schon seit Jahrzehnten die wichtigste Devisenquelle. Auf den Straßen Metro Manilas hält man sich dagegen mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der Verdienst bleibt dabei äußerst spärlich. Jeder Dritte auf den Philippinen ist arbeitslos. Ohne echten Sozialstaat gehen Arbeitslosigkeit und Armut Hand in Hand. Wege aus der Arbeitslosigkeit führen für die Filipinos oft ins Ausland. Viele gehen in die USA, nach Saudi-Arabien, Abu Dhabi oder Dubai und auch nach Deutschland. Der deutsche Unternehmer Ralf Elsbamann hat den umgekehrten Weg gewählt und arbeitet auf den Philippinen. Vor der Arbeit verteilt der Pfälzer am Flussufer an obdachlose Kinder Brot und Milch. Good Morning Manila hat er seine Initiative getauft. Hey Maurice, komm hier. Nach zwei Jahren kennt er alle mit Namen, weiß von ihren Sorgen und Nöten. Das erste Mal als ich joggen gegangen bin in die Richtung, habe ich die Kinder hier gesehen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine nette Sache hierher zu kommen und denen Frühstück zu geben. Dann bin ich Milch eingekaufen gegangen und zur lokalen Bäckerei und habe dann eben Brot eingekauft. Aber Privatspenden können das Hungerproblem nicht lösen. Auch gehören Drogen und Prostitution hier immer noch zum Alltag. Come on, plug some more. Come on, come on. Yes! Vor allem auf dem Land sind laut Regierung sieben Millionen Kinder unterernährt. Im Inselstaat mit seinen 100 Millionen Einwohnern leben Armut und Reichtum Tür an Tür. Wir machen jetzt gleich eine Linkskurve und fliegen dann direkt über Fort Bonifacio. Fort Bonifacio ist der neuste Stadtteil Metro Manilas und vor genau 15 Jahren war das alles nur Land, unentwickeltes Land. Und heutzutage ist es der modernste Stadtteil von Metro Manilas. Als ich hier 2001 ankam, gab es da nichts. Da war nur ein Gebäude und keiner wollte da was aufziehen. Und heute sind alle da. Deutsche Bank ist da, JP Morgan Chase ist da, HSBC ist da, Facebook hat eine Niederlassung dort. Also Google ist dort, alle großen multinationalen Unternehmen. Hier wird in den Callcentern rund um die Uhr gearbeitet. Irgendwo ist immer Tag auf dieser Welt. Mehr Baugräne hier als irgendwo anders auf den Philippinen. Also das ist das schnell wachsende Stadtzentrum der Philippinen, von Metro Manila auch. Also hier sehen Sie jetzt die Deutsche Bank. Auch nur Baugräne, ne? Also Wahnsinn. Alles BPO. Alles BPO-Gebäude, also alles für Callcenter. Ja, wenn man das mal mit Indien vergleicht, war das öfter schon mal in Indien. Das kann Indien so nicht bieten. Ja, in Indien ist es mehr so, man geht ins Hotel, man arbeitet dann im Büro und geht dann zurück ins Hotel. Ja, da gibt es so eine Infrastruktur einfach nicht. Und es ist halt alles sehr, sehr amerikanisiert. Das heißt also, man fühlt sich nicht unbedingt, dass man in einem asiatischen Land ist. Man fühlt sich mehr so wie, also diese Region hier hat, dieser Platz hat mehr so ein Silicon Valley Feeling. Ja, und das ist natürlich, was es so attraktiv macht. Der Stadtteil Fort Bonifacio ist ein teures Pflaster geworden. Für seine Bewohner haben sich die Mieten und Immobilienpreise bereits verdoppelt. Hunde gelten als Statussymbol. Wer zu Geld gekommen ist, beschäftigt gleich noch einen Hundesitter neben den anderen Hausangestellten. In Eastwood City startete der Callcenter-Boom. Hier wird wegen der Zeitverschiebung vor allem nachts gearbeitet, denn die meisten Kunden sind US-Firmen. Der Immobilienriese Megaworld hat Eastwood City aus dem Boden gestampft und landesweit ein Jobwunder ausgelöst. Unser bescheidenes Ziel sind eine Million Jobs in unseren Stadtteilen bis zum Jahresende. 20 neue Stadtteile haben wir geplant. Jedes Jahr kommen mindestens 100.000 Quadratmeter Bürofläche für Callcenter hinzu. Damit sind wir in der Lage, über direkte und indirekte Beschäftigung an die 250.000 neuer Jobs zu schaffen. In vier Jahren sind das nochmal etwa eine Million Jobs. Doch wie lange der Callcenter-Boom anhält und wie nachhaltig er ist, hängt vor allem von Aufträgen aus den USA ab. Damit steht und fällt auch der Wohnungsbau für die neue Mittelschicht. Den Slum-Bewohnern hilft das in keinem Fall. Jede fünfte Familie, vor allem auf dem Land, lebt nach offiziellen Angaben unter der Armutsschwelle. Ohne die große Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, wäre die Armut noch weitaus größer. Denn Industrie gibt es im Inland wenig. Auf den Handelsschiffen rund um den Globus stammt fast jeder zweite von der Seefahrernation. Die Chefin des Schiffskonzerns Max Saisai, Doris Max Saisai-Ho, ist mit ihren Eltern ebenfalls um die Welt gezogen. Heute bildet sie Fachkräfte für die globale Wirtschaft aus. Kapitäne, Schiffsingenieure oder Kreuzfahrtpersonal. Aber Max Saisai vermittelt auch Krankenschwestern, in die USA oder nach Europa. Ich bin meinen Eltern wirklich dankbar für diese wunderbare Möglichkeit, eine globale Person zu sein. Das gibt mir einen ganz anderen Blick auf die Chancen junger Leute im Ausland zu arbeiten. In diesem Institut hier versuchen wir ihnen zu lehren, wie man eine positive Haltung zu seiner Karriere entwickelt. Viele Leute denken, dass Menschen wegen des Geldes ins Ausland gehen. Natürlich ist das auch wichtig. Aber wir versuchen ihnen beizubringen, wie man ein echter Profi wird und lernt, wie es in anderen Ländern abläuft. In Sprachkursen von Max Saisai lernen philippinische Krankenschwestern Deutsch. Vor ihren Auslandseinsätzen haben sie meist mehrere Jahre in Krankenhäusern gearbeitet. Marni Ganado war drei Jahre lang in Saudi-Arabien beschäftigt. In Zukunft will Marni in Deutschland Geld verdienen, um den Pflegenotstand in Krankenhäusern zu lindern. Die Philippinen haben mehr Krankenschwestern ausgebildet, als das Land braucht. Am Computer werden Vokabeln gepaukt, mit der deutschen Grammatik gekämpft und die richtige Aussprache eingeübt. Die 30-Jährige sitzt bereits auf gepackten Koffern, denn sie hat eine Zusage aus Leipzig. Als Deutschland im Jahr 2013 seine Pforten geüftet hat, war ich wirklich aufgeregt. Ich habe mich gefühlt, dass es eine einmalige Chance im Leben ist. Ich mag die Herausforderung, in einem fremden Land zu leben und eine neue Kultur kennenzulernen. Aus diesem Grund habe ich Sprachunterricht in Deutsch genommen, da dies eine Voraussetzung ist, damit meine Qualifikation als Krankenschwester in Deutschland anerkannt wird. Marni ist Single und hat anders als viele ihrer Kolleginnen keine Kinder. Es gibt immer Berufe wie der einer Krankenschwester oder andere Berufe im Gesundheitsbereich, wo man die menschliche Note braucht, wo man sich um jemanden kümmern und ihn gern haben muss. Auf den Philippinen haben wir so viele Menschen, die solche Herausforderungen mögen. Philippinos sind von Natur aus sehr fürsorglich und liebevoll. Mir gefällt die Tatsache, dass die deutsche Regierung darüber nachdenkt, wie sie philippinische Krankenschwestern in Deutschland beschäftigen können. Sie gehen ins Ausland, arbeiten dort, kommen wieder nach Hause. Je mehr das passiert, desto besser geht es den Familien. In Metro Manila wird rund um die Uhr gearbeitet. Nicht nur in den Callcentern, auch auf den unzähligen Baustellen wird keine Zeit verschenkt. Klassische Nachtarbeiter sind die Prostituierten. Armut auf dem Land treibt sie in die Stadt. Sex-Touristen aus den USA, Australien oder Europa sind ihre Hauptkunden. Auf den Philippinen existiert kaum Industrie. Was die Wirtschaft antreibt, sind Dienstleistungen aller Art. Der deutsche Unternehmer Ralf Elsbamann freut sich, dass seine Dienstleister die sportliche Begeisterung mit ihren Kunden teilen. Australien steht gerade vor einem spannenden Cricket-Wochenende. Dort Nationalsport, so wie Fussball in Europa. Zur Betreuung der Studierenden der australischen Fernuniversitäten gehört es selbstverständlich, zu ihren Cricket-Teams zu halten. Filipinos sind überaus freundlich und passen sich traditionell schnell an. Redet ihr auch über Cricket? Nein, wir haben unseren Team-Tag jeden Freitag. Ja, dieses Wochenende dreht sich in Australien alles um Cricket. Deshalb fiebern wir alle mit. Nächste Woche, denke ich, ist dann wieder ein normaler Team-Tag. Die Tätigkeit im Callcenter ist begehrt. Auf einen Arbeitsplatz kommen hier 15 Bewerber. Die Mitarbeiter hier verdienen top of the line, das heißt also, sie verdienen ungefähr zwischen 700 und 800 Dollar im Monat, was der Höchstsatz ist auf den Philippinen. Und ja, die meisten hier arbeiten eben tagsüber, das heißt also, sie müssen keine Nachtschicht machen und sind sehr, sehr happy hier. Callcenter-Managerin Faith Dezeo hat eine halbe Stunde Mittagspause. Länger darf sie ihren Arbeitsplatz für den Auftraggeber in Australien, einem großen Hersteller von Navigationsgeräten, nicht verlassen. Faith ist in Metro Manila aufgewachsen, zusammen mit sieben Schwestern und Brüdern. Zwei ihrer jüngeren Geschwister studieren noch. Sie selbst war nicht an der Uni, sondern hat eine Ausbildung zur Dekorateurin gemacht. Im Café nebenan lockt die Kuchentheke. Ich liebe Schokoladenkuchen. So wie viele ihrer Kollegen hat Faith über Jahre hinweg jeden Tag zwei Stunden für ihren Weg zur Arbeit gebraucht. Inzwischen kann sie sich ein Apartment in der Nähe ihres Arbeitsplatzes leisten. Ich kann alles tun, was ich liebe. Ich habe eine Arbeit, die mir wirklich gefällt und Kollegen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Neben der Arbeit finde ich einen guten Ausgleich. Ich gebe Tanzunterricht und gehe in ein Tanzstudio. Das ist großartig. Das Tanzstudio um die Ecke ist zu ihrer zweiten Heimat geworden. Hier verbringt Faith fast jede freie Minute. Ich mag es hier, weil es mein glücklichster Platz ist. Ich vergesse einfach alles, was draußen passiert. Wenn ich hier bin, dann bin ich einfach glücklich. Ich werde stärker und flexibler, bekomme eine positivere Lebensauffassung und bin richtig glücklich. Die ehrgeizige Faith hat erst vor zwei Jahren mit dem Pole Dance begonnen. Pole Dance, Pole Dance, Pole Dance. Ihre berufliche Karriere stand stets im Vordergrund. Und wie sieht es bei der 30-Jährigen mit Kindern aus? Das kommt darauf an. Manche Frauen möchten eine Familie gründen und das ist okay. Andere Frauen finden, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist. Ich persönlich bin glücklich mit dem, was ich gerade tue. Ich bin glücklich mit meinem Job und mit meinem Tanzen. Mag sein, dass ich zur richtigen Zeit auch eine Familie haben werde. So wie in vielen Ländern Asiens geht die Geburtenrate auch auf den Philippinen zurück. Früher waren in dem streng katholischen Land Familien mit sieben oder acht Kindern keine Seltenheit. Heute sind in Metro Manila zwei bis vier Kinder schon fast die Regel. Noch ein Rezept gegen die Armut. Auch beim Einkauf haben sich die Filipinos amerikanisiert. An Wochenenden strömen sie in die Shopping-Malls, die zu den größten Asiens zählen. Malling heißt das liebste Freizeitvergnügen. Die Philippinen sind auf dem besten Weg in eine Konsumgesellschaft. Großes Vorbild sind einmal mehr die USA. Wie auch im Show-Bereich. Der Konsum hat durch den Call-Center-Boom einen kräftigen Schub bekommen. Dank Millionen neuer Arbeitsplätze wächst eine kauffreudige Mittelschicht heran. Wir sehen steigende Löhne, einen verbesserten Lebensstil und einen höheren Lebensstandard auf den Philippinen. Das könnte viele Filipinos, die heute im Ausland arbeiten, was mehr als 10 Prozent der Bevölkerung sind, dazu bewegen, heimzukehren. Durch all die neuen Stadtteile hoffen wir, dass die sehr talentierten Filipinos, wie Ingenieure, Architekten, Künstler, Ärzte, Krankenschwestern oder Techniker in der Lage sein werden, zurückzukommen. Viele Filipinos arbeiten noch im Ausland, in Privathaushalten oder Krankenhäusern, auf Handels- oder Kreuzfahrtschiffen. Immer mehr aber auch in heimischen Call-Centern. Der Preis, eine starke Abhängigkeit von ausländischen Auftraggebern und fern der Heimat sein. Der Lohn? Aufstieg in eine wachsende Mittelschicht mit mehr Wohlstand. Die Philippinen treiben auf ihre Weise die globale Wirtschaft voran. Hoffentlich auch nachhaltig. Zum eigenen Nutzen. Großartig! Hochschicht! Großartig! Untertitelung des ZDF, 2020